Herzlich Willkommen zum SURE Tech-Tip MXCW. Wir binden jetzt eine Dolmetscherstelle in das System ein. Dazu gehen wir an den Computer. Im Startbildschirm gehen wir in die Audioeinstellungen, zu Dolmetscher. Hier wählen wir aus, in welche Sprache übersetzt wird. Wir wählen hier Englisch. Danach müssen wir eine Quelle zuweisen. Wir können entweder den analogen Input vom MXCW Access Point selbst nehmen oder in unserem Fall den Dante in 1. Um sicherzustellen, dass auch etwas ankommt, müssen wir natürlich in den Dante Controller unsere Dolmetscher-Einheit auf Dante 1 ruten. Und dann sehen wir hier bei den Eingängen, wie wir Input haben auf Dante 1. Das kommt beim Dolmetscher raus. Den Kanal noch einschalten und dann an der Sprechstelle den Kopfhörer einstecken. Hier erscheint das Symbol rechts oben. Und hier kann ich meine Sprache auswählen. Und hier kann ich meine Sprache auswählen. Lesern einen Sprechstelle -Arte Vielen Dank.